So Leute, ja, willkommen zurück zu Let's Play Portal. Und ich laufe hier einfach nur rum und die Portale bewegen sich nach unten noch sehr in einem Grund. Ich habe es immer noch nicht geschafft unten den Dingsweg zu klickern. Aber was soll's. Ihr kennt mich ja. Hm, 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 hm. 15 vor 19. Gut. Alle Teilnehmer, Kuchen- und Trauerverarbeitung stehen am Ende des Tests zur Verfügung. Kuchen. Wenn wir Ihnen helfen dürfen, uns zu helfen. Kuchen nicht mal Kuchen, nicht liebe Kuchen, ich liebe Kuchen. Otsch, da hin. Kuchen. Portal. Portal. Ha, 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 ha. Oh, Entschuldigung. Kein Absicht. Ich bin ja vielleicht doch schon ein bisschen. Otsch. Was ist denn eigentlich, wenn ich den da durchwerfe? Hui. Der fliegt nach oben. Ja. Hinterfrag ist nicht Jolly. Hinterfrag ist einfach nicht. Richtiger Testapparat. Verstört. Kriegst du auch noch oben? Nein, du blibst unten. Das wird sein, das erinnere ich mich teilweise noch dahin, 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 dass das erstmal da durchfliegt. Und an den dahin. Nein. Ich hab's verkackt. Ich hab's verkackt. Mal den dahin, den dahin, den dahin, den dahin, dass der erstmal durchfliegt. Den dahin. Ein da und ein Star. So, genau. Ha. Ich erinnere mich noch teilweise so dran, Leute. Ich bin stolz auf mich. Amal stolz auf mich. Da geht's hoch. Da geht's hoch. Da geht's hoch. Und ein weiterer Raum, an dem ich wahrscheinlich versagen werde, weil es ist ein... Komm ich nicht von hier? Ne. Der war anders. Egal. Hm. Das war so. Ah. Okay. Wichtiger Testapparat zerstört. Das wird ein Rohr, hier muss ich glaube ich von der Sprung oder so. Hopp. Ah, ah, okay. Okay, Leute, ich ändere mich so halb wieder. Ich bin stolz auf mich, wirklich. Ah. Hm. Doofes Portal. Äh, doofes Portal hier unten. Das ich nur erschaffen wollte. Das Blaue. Geht doch. Oh. War aber ganz eng. Ganz, ganz eng. So, da ein Portal hin und hier ein Portal. Ha. Ha. Auf Anhieb geklappt. Ich würde sagen, eins kommt da hin, eins kommt da hin. Es wird, dass er durchgeflogen ist. Clever. Wirklich, ich bin echt... Gut. Logisches Denken und so. Hm, hm. Treffer. Da oben. Da oben. Und ein Sinn und... Wie. So. Es ist hoffentlich nicht das, was ich denke, dass es das ist. Doch, genau das. Diese tolle Stelle. So. Leute, wisst ihr, wie lange ich das erste Mal, als ich dieses Spiel durchgespielt habe? Daran saß. Da oben ist es da. Da oben ist es da. Mal kurz rein. So. Mal gucken. Aber hier ist ein... Zwei Dings. Okay. Ich muss es schaffen. Da ein Portal hin. Da ein Portal hin. Wow, Tennis. Wer gewinnt. Oh, oh, oh. In der Mitte ist aber explodiert schön. So, und? Läuft. Ha, 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 ha. Was, alle meine Organe kann ich spenden? Nuhu, das ist natürlich... Wow. 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 Küche auf. Jetzt. Öh. Elegant gelandet wie eine Katze. Wie eine tote Katze. Wie seit drei... Fickt euch. Wie soll ich an das Radio rankommen? Ganz ehrlich. Egal. Was kommt nicht darum. Vielleicht bis wann kann ich... Spielen. Doch, sechs Minuten. Muss jetzt irgendwie rum. Haben ungefähr fünf, sechs Minuten schon erst. Gib mir noch zehn bis... Ja. Halb. Ungefähr. Ah, ja. Leute, ist es selbsthaft schlimm, dass die Parts ein Gigabyte groß im Thema ist, dass man dann ablohnen muss. Nun ja, ich nicht. Danke, Sam. Wegen zwingender geplanter Wartungsarbeiten steht die Kammer für diese Testsequenz derzeit nicht zur Verfügung. Sie wurde durch eine Kampfübungsstrecke für Militär-Androiden ersetzt. Wir bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und wünschen Ihnen viel Glück. Was? Kampf-Androiden? Ich glaube, die tun weh. Ich bin mir nicht sicher, aber... Ich... Leck mich am Hintern. Hallo? Wer hat hier was... Was? Was? Okay, nicht. Wie nicht. Doch. Haha. Wow. Okay. Strange. Strange. Wettdetail tun... Die Teil tun weh. Gut, dass sie das geklärt haben. Hi. Auch Glas bricht. Okay. Böser. Da bin ich. Wer darf? Oh, ich nicht. Schlaf-Modus aktiviert. Oh, oh. Oh, oh. Nichts, oh, oh. Du gehörst jetzt mir. Ich werde dich opfern. Ja, Leute. Hier haben wir ein kleines... Was ist das? Handabdruck? Hilfe. Wie, Hilfe? Ist hier irgendwer? Hilfe, Hilfe. Ähm. Der Cake is a lie. Der Kuchen ist eine Lüge. Kannst du mir helfen? Was ist das? Leute. Wie, der Kuchen ist eine Lüge. Die haben mir doch Kuchen versprochen. Nimm ich hier den Eimer mit. Oder? Hey, was macht mir ein PC da? Hm, okay, Leute. Das war... Das war... So. Da hinten hat noch einer. Hallo. Und tschüss. Haha. Plan hat funktioniert. Mein einwandfreier Plan. Fast... Fast einwandfrei. Autsch. So. Okay. Das hätten wir schon mal... Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich nicht verarschen? Ja, komm, hör auf. Hör auf. So, jetzt... Jetzt bin ich über dem einen drüber. So, Leute. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, den einen auszuschalten, aber... Es gelingt mir auch nicht. Au. Ich bin irgendwie gerade... Ich hab das Radio gefunden. Wie soll ich denn ein schlechtes Gefühl? Hallo, Radio. Das, ne? Okay. Komisch. Nehme ich erst mal ein paar Rubik's Cubes mit. Rubik's Cubes. Genau, Leute. Mit diesem Teil werden wir auch noch viel Spaß haben. Kann ich euch jetzt schon sagen. Die sind echt... Gemein. So. Und ein Rubik's Cube. So. Ist hier noch einer? Stimmt, einer ist da noch. Okay. Dann nehm ich noch ein Rubik's Cube und dann... Sonst sagst du mal auch viel Weg dahin. So. Das war's für ihn. So. Haha. Alle besiegt. Entschuldige, ich musste mich gerade mal ein bisschen konzentrieren, wo ich... ... mein Rad... ...Dio mit hinnehme. Danke. 85,2 FM. Zum Glück habe ich zu viel Cubes hier. Wollte ich mich... ... ganz oft verarschen. So sieht's so aus. Da bist du. Sie verloren. Hm. Schmännchen. Spähmodus aktiviert. Wer da? Damned. Idee. Oha, Geronimo! Hinter dir schätzchen. Gute Nacht. Wichtiger Testapparat zerstört. Ah, ich kann durch die Gittert durchschießen. Schön, dass ich das jetzt auch erfahre. Oha. Schön. Was bringst du? Ich nehme mich mit. Sehr gut, Android. Das Enrichment Center weist erneut darauf hin, dass die Androiden Hölle existiert und sie bei Widerstand dorthin geschickt werden. Was? Wieso? Das hast du jetzt davon, du Android. Hm. Oh, das war grad echt heavy. Ein bisschen sehr okay. Einen Raum schaffe ich noch und da mache ich Pause. Weil gerade leckt es auch nicht so sehr. Doch die Aufnahme läuft. Es leckt nicht. Irgendwo ist hier ein Fehler in der Matrix. Da haben wir ihn. Ein Ladebildschirm. Gibt es mit dir keine Roboter mehr? Bitte. Der Testapparatschacht liefert einen gewichteten Begleiter Kubus N3, 2, 1. Der gewichtete Begleiter Kubus beleitet sie durch die Testkammer. Passen Sie auf ihn auf. Ja, mein Würfel. Es ist mein Würfel, Leute. Meiner. Nicht eurer, meiner. Hallo. Ich hab dich lieb. Schön. Will ich den damit abwehren? Cool. Ha. Ha ha. Wir können diese bösen Teile nicht mehr. Die bewichteten auftretenden Symptome bei Enrichment Center Tests sind aber, glaube, sprechen mit lieblosen Gegenständen und Halluzinationen. Das Enrichment Center erinnert daran, dass der gewichtete Begleiter Kubus nie drohen wird, sie zu erstechen und gar nicht sprechen kann. Ist das nicht super? Das ist super, Leute. Wie heißt das denn nochmal? Das Kubik's Cube. Das war was anderes. Oh, die heißt das denn eh nochmal, dieser Würfel, die ja, ähm... Ah. So. Ist es egal, auf jeden Fall ist es mein Würfel, meiner. Nicht eurer. Mich am Hintern. So, du kommst erst mal runter, wiss ich hin. Eins, zwei, drei. Hm. Da unten ist es eingesperrt. Schön. Okay. Ich muss die Enzhaft zum Beispiel von da hinten mitnehmen. Was? Was wollen die gerade von mir? Denn wie kapiere ich es gerade nicht so wirklich? Ich muss mal kurz berechnen, der fliegt da umgegen. Halt da ab und... Wenn ich jetzt dieses eine Portal nicht geöffnet habe, dann... Ha ha. Ha ha. Ha ha. Was hab ich damit erreicht? Ich hab keine Ahnung, aber ich nehm mir meinen Speicher Cubis mit. Hi. Zwei Stück, what? Wir brauchen nun zwei in Cubis. Oder was? Oder was? Ich kapiere es gerade nicht so wirklich. Achso. Ah, okay. Okay. Hm. Hm. Ist der da auch nimmfass? Ah, da ist nochmal. Kameras. Kameras sind da? Ich möchte da rein. Ich möchte gerne rein. Geht da auch. Zapf. so so mal gucken was hat denn hier Dosen Bohnen Kameras der Companion Cube genau so heißt er kommt Companion Cube oder so er hat ihn auch geliebt schön liebe Untergegenstände was das sie beobachten dich das ist der Teufel ja guck mal da hat er sogar Fotos er liebt den Companion Cube genau wie ich ich liebe den Companion Cube auch guck mal da ein Herz drauf wie kann man so etwas nicht lieben ich weiß es nicht wie man so etwas nicht lieben kann zapf egal das eine da das andere da kann ich jetzt da ein Dings ranpacken da ein Portal ranpacken ach ich verstehe dammd ich hab das Portal ja schon geschlossen ach doof doof dumm 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 jetzt nichts jetzt nichts jetzt mich ran und da genau das habe ich es nörder das andere aufgemacht ja es war er kann bau Kali blau noch nicht weinten laut blau das muss jetzt auch noch was für die Söcher Süddektion das an Kowal Hallo Ball ich das ganze Spiel mal um und stemme mich da einfach an offen dass ich nicht getroffen werde schön so ich mag es okay jetzt gehe ich einfach mal mit dem Begleiter Kubus rein und hoffe dass ich irgendwas erreiche vorsichtig vorsichtig schön schön freundlich nett so kommt wir werden von hier verschwinden komplett Kompi 9 ich habe dich fallen lassen Entschuldigung kannst du mir verzeihen das Radio das ist eigentlich genauso cool wie der Cube weil das Radio macht wenigstens so Musik legt mich am Hintern so aber das ist echt ach so 1 2 3 jetzt 1 2 3 jetzt ok 1 2 3 Anlauf und jetzt ha so was sagt die Uhr schon drüber aber geschafft der gewichtete Begleiter Kubus hat ihnen wirklich Glück gebracht er kann sie jedoch beim restlichen Test nicht begleiten wie nein bitte bringen sie ihren Begleiter Kubus zur Appetitur Science Intelligenz-Notverbrennungsanlage wie nein nicht V-Brennern momentan ist auch irgendwas Sekunde ich verstehe ok seien sie versichert dass ein gremium unabhängiger Ethiker das Embringment Center das Arbeiter-Samt-Personal und alle Testpersonen von jeglicher moralischen Verantwortung für die sterbende Hilfe freigesprochen hat ich hab dich lieb CompanionCube es tut mir leid Sie haben mir unter Ihrem Begleiter Kroos schneller geopfert als jede Testperson bisher wie nein Leute ich würd sagen man sieht sich beim nächsten Mal bei Let's Play Portal CompanionCube nein nimm mich mit nimm mich mit da rein da ihr möte auch rein tschau